und da steht noch was aus und zwar verbunden mit unserer wunderbaren aktion bei den messer freunden nämlich den verkauf meines kleinen büchlein spelle puste blume abenteuer im wald zu verbinden mit einer kleinen verlosungsaktion ihr konntet bei mir zum selbst kostenpreis quasi ein kleines büchlein erstehen natürlich mit einer widmung für euch oder für wen auch immer ihr das buch haben wolltet und mit dem kauf dieses büchleins habt ihr erworben ein los für ein nagel nagelneues funkel niegel nagelneues real steel h6 in all black hier ist das gute stück sehr 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 cooles taschenmesser ganz ehrlich hammer preis deutlich unter 50 euro mit dem 14 c 28 n sandvik stahl bombenteil kommt zurück in die box ihr seht direkt unter der box habe ich jetzt mal für mich ziemlich unleserlich die namen all derer notiert die an der verlosung teilnehmen ein paar der käufer stammten nicht aus der messer freunde gruppe oder haben von vornherein gesagt ich brauche nicht an der verlosung teilnehmen oder ich möchte nicht an der verlosung teilnehmen wir sind im endeffekt auf genau 30 namen gekommen und ich werde jetzt gleich mal den standort wechseln über an den laptop und wir machen das ganze dann über random.org und ziehen da dann die entsprechende nummer ich habe übrigens aus einem grund so unleserlich geschrieben ein paar von euch sind ja mit pseudonym online und dementsprechend muss ja nicht jeder alles lesen können also gehen wir mal rüber wir haben 30 namen die spannung steigt so wie ihr hoffentlich sehen könnt eingegeben mindestens einer maximal 30 wir generieren und das resultat ist die 5 da gehen wir doch mal rüber und schauen nach wer denn die nummer 5 auf der liste so liebe leute der peter ohne z die nummer 5 ganz ganz herzlichen glückwunsch peter ja ich würde dich bitten setz dich möglichst schnell mit mir in verbindung schreibt mich pn an du hast ein real steel h6 in all black gewonnen ganz ganz herzlichen glückwunsch ich hoffe du hast dich über das buch gefreut ich hoffe du freust dich auch über das taschenmesser lass mir deine adresse zukommen dann kann ich anfang der woche direkt das messer zu dir auf die reise bringen ich gratuliere die ganz herzlich ich möchte noch mal allen ganz ganz herzlich danke sagen die mich bei der aktion unterstützt haben wer interesse hat ich habe noch ein paar exemplare da habe auch schon überlegt eine weitere aktion zu starten ganz 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 besonderer dank nochmal an den dirk wanger von messer und co der hat nämlich zusammen mit dem jörg auf die beine gestellt dass ich dieses h6 hier verlosen kann und die beiden sind als sponsoren quasi eingesprungen fand ich eine ganz ganz tolle aktion ich hoffe auf eine fortführung ich hoffe auf euer interesse und eure unterstützung noch mal herzlichen glückwunsch peter und wir sehen uns schon bald